Hallo und willkommen zurück zu Legends of Emberland 2. Es hatte ein Patch gegeben, den 1.13.1 und da wurden aber nur ein paar Bugfixes gemacht. Beispielsweise ein Crash beim Endscreen wurde behoben, deshalb da werde ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Wir werden dieses Mal die Red Barons Citadel angehen. Das ist, da versteckt sich der letzte Stein noch, den wir hier für die Quest brauchen. Und ja, schauen wir mal rein. Wir haben leider nur eine Stunde, bis unsere Buffs ablaufen. The Citadel belongs to the Red Baron. Ja, hier bin ich schon mal kurz drin gewesen. Ja, der ist Magnifizenz des Barons. Da hinten ist einer. Wir werden dann mal... Gut, wir haben da auch gar keine Wahl. Na, wir könnten hochgehen. Wir werden aber jetzt erstmal da uns durchmetzeln. Ja, ist leider jetzt der Tag quasi durch. Das heißt, der ganze Kram wird ablaufen, aber gut. Ähm, dann... Hauen wir die mal um. Und... Ja, der kann im Endeffekt nur... So. Mh... Nehmen wir den... Ja, das kann sich hier eigentlich schon lohnen. Presti. So. Ja, das ist schon... Der hat natürlich noch eins. Natürlich. Aber da wäre jetzt sein Angriff eigentlich verschenkt. Der macht jetzt stattdessen... Den Molten Blast auf einen anderen. Und die Heilerin... Die greift jetzt den an. Dann greifen wir den an. Genau. Und da haben wir jetzt noch 300. Die 300 können wir mit. Nehmen wir mal nur den Fire Blast. Hat natürlich nicht gereicht. Jetzt ist er aber sowieso im Eimer. Okay. Dann nehmen wir erstmal seine Mana. Und... Unsere Zauber sind jetzt alle. Äh, die Buffs sind alle. Was? Das war der falsche. Das war Elven Song. Da bin ich rüber gerutscht. So. Wenn du noch... Fertig. So. Ein Hebel. Und rüber zur anderen Seite. Da geht's nur auch durch. Ähm... Hm... Ne, dann greifen wir nochmal an. Hier könnten wir einmal den Molten Blast draufknallen. Das ist ein Gift. Den können wir aber direkt entfernen. So. Mehr ist hier auch nicht. Okay. Müssen wir trotzdem direkt wiederhallen. Weiter geht's. Hm. Keine Geheimgänge hier. Nur eine Kiste. Heavy White Helm of Agility und Ring of Grand Wizards. Okay. Ring of Grand Wizards bringt Sorcery 10 und Wizardry. Ähm... Da ist auch Wizardry. Vielleicht Wizardry ist hauptsächlich für den und die interessant. Und Ring of Grand Wizards haben wir da schon in Benutzung. Das heißt, das ist da... Quark. Der hat keine Lightning Protection ansonsten. Das heißt, der müsste das eigentlich behalten. Willpower würde natürlich auch... ...mehr Mana bringen. Aber da will ich lieber die Lightning Resistance. Wobei, Sorcery Resistance kann man natürlich auch brauchen. Wahrscheinlich ist das besser. Der hat 675 Mana. Ja, das ist eine ganze Menge Mana. Nehmen wir den. Dann haben wir Sorcery statt. Ähm... Lightning Resistance. Müsste man halt vielleicht gucken, wie dann die nächsten... Ähm... Gegner sind. Heavy White Helmet of Agility. Ähm... Wieso finde ich... Ach, da muss ich genau hochscrollen. Ähm... Ich bin trotzdem... Heavy White Helmet... Ist natürlich auch nicht nach Alphabet sortiert. Keine Ahnung, wonach das sortiert ist. Ähm... Da ist es. Okay. Fire 20. Ähm... Da ist halt leider nichts Besonderes drauf. Also nichts von den Violetten. Wir haben hier Accuracy drauf. Da Protection. Und da auch Accuracy. Das heißt... Da müsste da schon irgendwas Interessantes drauf sein. Damit sich das lohnt, das zu ersetzen. Das ist hier nicht der Fall. Also hier... Haben wir nichts mehr. Die... Den Gegenstand können wir nicht brauchen. Und da warten die Nächsten auf uns. Dann hacken wir uns da mal durch. Aber erstmal... Werden wir... Hier wieder... Machen wir den Haste jetzt auch an. So. Okay. Mh... Mh... Ja, einzeln kriegen wir die sowieso nicht. Da können wir dann auch drauf. So. Jawohl. Molten Blast. Bei dem wäre jetzt der Molten Blast verschenkt. Ich will aber auch... Naja, machen wir den so auf den anderen. Und dann kann die... Mit Glück... Ja, genau. Weg. Sehr schön. Molten Blast. Molten Blast. Ja, das geht doch gut. Dann... Hier. Wir können mal hier einen Power Heal verwenden. 200... Also selbst der ist eigentlich schon mit dem Minimum verschenkt. Also müssen wir das hier mitmachen. Okay. Da haben wir jetzt mal nur zwei. Molten Blast. Da könnten wir jetzt... Machen wir mal den... Machen wir mal den... Abbrauchen zu lassen. Da hinten, das sind andere. Die haben ein Schild. Ja, der hat jetzt nur 120. Das lohnt nicht so wirklich. Dann machen wir hier nochmal einen Attack. Und einmal hier einen Light... Ne, ja, kommt Lightning weg. Okay. Hm. Dann machen wir jetzt hier mal den Song. Wobei... Die hat noch zu viel Mana. Da ist der Song eigentlich verschenkt. Molten Blast. Und da machen wir... Ja, komm. Okay. Power Heal. Und den Rest, den heilen wir hiermit wieder. Aber die vor uns, die bekommen wir auch einzeln. Naja. Naja, vielleicht. Ich gehe mal nach rechts. Genau. Level 37 Elite. Der hat wieder diesen Cleave, dass da noch jemand zusätzlich angegriffen wird. Molten. Packen wir hier auch wieder den Molten aus. Aber schön da am Verfehlen. Okay. Power Heal. Mal gucken, ob der zu uns rankommt. Ne, kommt er nicht. Dann machen wir das anders. Dann, ja, laufen wir drauf. Wir gucken mal, dass wir den als erstes platt machen. Mhm. Ja, das wäre jetzt verschwendet. Dann machen wir hier... Ähm... Fireball nicht. Fireblast. Oh, nicht. Firestorm. Sehr schön. Ja, dann machen wir nochmal. Na, die hat aber schon fast kein Mana mehr. Lassen wir das. Wir haben im Moment Schadensmana verbraucht. Aber noch zu viel zu viel Healmana übrig. Vor allen Dingen bei ihr. Also da haben wir auf jeden Fall noch Spielraum. Wir haben natürlich jetzt auch nicht gegen die Nahkämpfer gekämpft, sondern hauptsächlich... Das wird wahrscheinlich da unten die Tür, ne? Wir haben hauptsächlich gegen... Äh, wir haben nicht gegen Magier gekämpft, sondern hauptsächlich gegen Nahkämpfer. Das heißt, da war auch jetzt keine Magieresistenz da. Hm. Okay. Da kommen unsere Magier jetzt. Und da wird jetzt wahrscheinlich die Heilkraft wichtiger. Ähm... Machen wir hier mal direkt einen Charge drauf. Wobei, das sind Level 20. Die tun nix. Dann machen wir mal keinen Charge. Der hat automatisch gewirbelt mit seiner Waffe und damit mehr getroffen. Das ist auch schön. Die machen Sorcery-Schaden, glaube ich. Wir haben die Resistenzen. Fire, Cold. Okay, aber nicht gegen Blitzy. Aber mit Blitzy treffen wir halt nur... Ah, hier. Den könnten wir Chain Lightning. Ja, machen wir das. Es war ansonsten... Nicht so super, aber... In dem Fall... Glaube ich, ganz brauchbar. Äh, okay. Da haben sie sich ein bisschen zu stark auf den einen konzentriert. Ja, und damit ist es jetzt aber auch gleich einfacher. Ähm... Thunderstrike. Es lohnt sich eigentlich. Machen wir einen normalen Lightning drauf. Wobei der schon... Naja, die Maximal ist deutlich weniger. Machen wir den. 96. Wollte ich das gerade... Fire, Cold. Ja, machen wir trotzdem hier so. Lightning. Hm. Böp. Lightning. Lightning. So. Bass Power hier. Fum. Dann. Was haben wir hier? Restricted Area only for Sorcerers and the Red Baron. Da dürfen nur Magier und der Rote Baron rein. Mal gucken, ob wir da den Roten Baron treffen. Aha. Damit sind alle vier Türen offen. Okay. Und da ist der Superspiegel. Können wir mal da hingehen. You shall protect the Black Stones at all cost. Your miserable life is meaningless. All that matters is the will of the Dark Lord. Obey the messenger of the Dark Lord, who conveys the will of the Dark Lord himself. Okay. Ähm... Das spricht hier irgendwen an, der den Dark Lord verteidigen soll. Aber hier war ja noch nie was. Gucken wir erstmal in die Kiste, bevor wir da reingucken. Ein Ancient Magic Stuff 3. Das klingt doch gut. Ähm... Ancient Magic Stuff 3. Fünfund... Uh, 55. Uiuiuiuiuiui. Der braucht im Grunde nix. Also der könnte jetzt hier auf 640 noch kommen, aber eigentlich ist das Unsinn. Also der ist mit 500 eigentlich fertig. Naja. Und hier hatten wir mh... Das ähnlich. Die habe ich halt da drüber gepusht. Und bei der war es glaube ich so, die könnte... Kann 1000 brauchen. Da kommt es aber sowieso nicht dran. Na... Eigentlich... Eigentlich... Ich glaube nicht, dass das hier einen signifikanten Unterschied macht. Die hat im Moment 515. Ja, ist natürlich deutlich mehr. Aber macht natürlich keinen Unterschied, wenn die Zauber damit nicht skalieren. Das ist nicht gut gelöst mit den... Ähm... Mit den Zaubern und den Skalierungen. Das hätte mal ein bisschen sinnvoller machen müssen. Also wir könnten hier noch auf die 640 und 660 versuchen zu kommen. Ja, damit wir... Diese Zau ist... Ach, das hier war Single Target. Na, der wäre vielleicht dann auch gut. Wanderstrike. Für 640. Der bringt natürlich jetzt hier weniger, weil der schon einen besseren hat. Ja, wir können das noch versuchen, da dran zu kommen. Ähm... Ancient Magic Stuff. 45. Die hat den ja auch. Und... Ja, und der ist besser als das, was die hat. 5% und Knowledge ist drauf. Das bringt uns vor allem Dingen... Ähm... Ist auch noch leichter. Theoretisch könnten wir hier jetzt auch noch mehr tragen. Wir haben halt diesen Levitation-Dings, aber das bringt auch noch Ausweichen. Von daher ist das auch gar nicht so blöd. Die könnte... Im Moment haben auch die Magier alle schon Schilde. Da können wir also auch nicht viel austauschen. Theoretisch könnten wir einen besseren Helm nehmen. Auf... Also, naja, besser geht eigentlich kaum. Da ist der Knowledge 6 drauf. Ja, also theoretisch könnte man hingehen und, äh... die Charaktere so ein bisschen reskillen jetzt, dass wir halt mit der Knowledge, ähm... nur gerade so an den Wert dran kommen, den wir brauchen. Okay, gehen wir mal in den Spiegel. Oder gucken wir, was hier ist. Evil Mirror. Something is very wrong here. You see a strange mirror. There's a reflection on the surface. Something like a face, but very blurry. You hear a distant voice. You feel it lures you to come closer and hear what it has to say. Ich glaube, wir hatten schon mal einen Spiegel, oder? Ganz am Anfang. Also, wir sehen einen Spiegel und wir sehen wieder irgendeine seltsame Reflexion und die... Wir können uns dem Spiegel wahrscheinlich wieder hingeben. I want to hear what it wants to tell me. Damit würden wir das Spiel verlieren. Wären wir direkt tot, glaube ich. Wir können das aber noch mal machen. I want to hear what it wants to tell me. You came closer and started to listen. The faint voice grew louder and louder, promising you marbles and wonders. Made an irresistible offer. Ja, hat mir irgendwas angeboten und damit sind wir Matsche. Ja, 161 Tage. Mhm, mhm. Okay. Gut. Dann werde ich den Spielstand mal wieder laden. Also hier, ne? Ihr seid dem Spiegel verfallen und so und wir sind dem Bösen beigetreten. Ja, okay. Kleinen Moment. So, damit würde ich vorschlagen, dass wir das nicht machen und stattdessen den Spiegel kaputt schlagen. Break this cursed mirror. When you broke the cursed mirror, you heard a faint, distant angry voice. Ja, jemand hat gemacht. As if something or someone was very disappointed and furious. Ja, vielleicht mehr ein Na ja. 100.000 Erfahrungen. Holla. Das ist aber mit Sicherheit eine Stufe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel uns noch gefehlt hat, aber das können wir durchaus brauchen. Die Tür ist aber immer noch geschlossen. Hm. Okay, wir hatten aber noch nicht alles. Wir haben auch noch den anderen Stein, der noch kaputt gemacht werden muss. War das jetzt das hier? Na ja, das war das hier. Bis auch die Himmelsrichtungen sind entsprechend repräsentiert. Okay, dann gehen wir mal noch hoch. Da wartet ein 30er Pikeman auf uns. Mhm. Na, der ist jetzt eigentlich 600. Da können wir einen Moltenblast dem noch entgegenwerfen, aber eigentlich war das schon Overkill. Da ist auch das Steinchen. Hier kommt bestimmt noch ein größerer. Wir sparen mal hier jetzt ein bisschen Mana auf. 20er Magier. Ja, ist alles in Ordnung. Wir können jetzt hier aber den... Nein, machen wir noch nicht. Der macht mal eine kleine Heilung einfach. Der ist weg. Und hier machen wir jetzt aber ein Power hier. Afraid. Okay, das können wir... Das können wir lösen. Mhm. Power hier. und hier, 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 hier. Ach, Moment, wir können sogar hier noch diese kleinen Reste auf den anderen wegheilen. So. Haben wir hier... Okay, da sind noch ein paar mehr. 30, 30. Weiß nicht. Ja, gut. Das geht jetzt aber schon. Aber wir können mit denen noch Fokus machen. Das werde ich jetzt auch machen. Fokus. Fokus. Na ja, gut. Der muss aber jetzt weg. Sonst, ähm... geht der drauf. Power hier. Und nochmal. Und hier, hier. Hier. 300 fehlen da. Da macht der Powerhield schon auch Sinn. Da steht noch einer. Hm, ja. Ah, hat nicht gereicht. Da wäre das jetzt Overkill. Nehmen wir den. Und heilen. Wir haben noch den Song. Aber da wäre es mir lieber, wenn alle ein bisschen verletzt wären. Lassen wir das hier mal mit dem Moltenblast und nehmen den hier stattdessen. So, und dann machen wir auch mal die... das Gift wieder weg. Ja, knapp 300. Okay, also die Mana sind wir jetzt schon hier auch am Verbrauchen fürs Heilen. Was haben wir hier? Clean up your filthy shoes before entering the chambers of your magnificent Red Baron. Okay, da versteckt sich der Rote Baron und wir sollen unsere schmutzigen Schuhe reinigen. Okay, da sind aber noch ein paar andere. Das sind auch die 37er, oder? 35er. Black Heart's Guard. Confused. Na, der sieht aber auch interessant aus. Aber, da werden wir jetzt ein bisschen aggressiver vorgehen müssen, damit wir da... Äh, ich glaube, der... Wieso wird denn die da so niedergeschnitzt? Kriegen wir die Confusion weg? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Was war denn... Confusion? Ja, Cleansing of Mind. Okay. Mhm. Gucken wir mal, dass wir auch... Zwei sind natürlich gleichzeitig schon so ein bisschen fies. Äh, haben wir einzeln. Uh. Die sind schon fies. Moltenblast wäre Verschwendung an sich. Machen wir... Ja, ne, müssen wir schon. Mhm. Naja, aber ich fürchte, für den Großen werden wir dann... Ähm... Werden wir dann nochmal rasten müssen. Der ist zurückgegangen. Und der ist nach vorne gekommen. Okay, wunderbar. Moltenblast. Den versuchen wir jetzt noch so zu... Ja. Ja, wir hätten jetzt quasi... Keine Heilkraft mehr. Ich kann den jetzt mal noch versuchen... Dass wir den Einzelnen bekommen. Ohne die Kleinen. Oder kommen die Kleinen auch zu mir hin. Einer... Okay. Da machen wir jetzt den Song mal. Haben wir damit auch wieder ein bisschen mehr Mana. Molten. Back. Aber für den Großen würde uns jetzt auch die Mana dann quasi fehlen. Versuchen wir erst noch den Kleinen einzeln zu bekommen, wenn das geht. Na, das sieht nicht so gut aus. Jetzt haben wir den Einzelnen. Dann wissen wir, die restlichen Ressourcen können wir dann auf den Großen ballern. Das machen wir hier mal noch nicht. Okay. Das hat noch ganz gut geklappt. So. Dann machen wir hier ein Power Heal. Flupp. 103. Noch ein Mass Power Heal. Dann hätten wir für den Kampf einen Power Heal übrig. Oder wir verarbeiten jetzt seine Mana noch in Heals. Ne, machen wir lieber hier einmal den Mass Power Heal. Ja, okay. Und das muss jetzt reichen an Mana. Gucken wir mal. der ist 40 und hat 10.000 Lebensenergie. Okay. Dann machen wir erstmal den Charge. Da verballern wir jetzt alles. Strike 300. Das war nicht so schön. Der trifft leider alle. Molten Blast. Das könnte sogar hier Sinn machen. Aber der hat wahrscheinlich nochmal lieber den zweimal. Der kann sowieso nicht mehr viel machen. Das blöde wäre natürlich jetzt wenn er sterben würde. Können wir mal gar nichts mehr machen. Aber Power Heal machen wir mal nur einen normalen hier. Ja, damit ist die Fritte. Greift der immer alle an? Restoration. Recovery. Also ich fürchte das ist ein bisschen dünn. Ähm Die wieder auf. Mass Power Heal. Aber wir müssten jetzt eigentlich die wieder aufkre... Machen wir also ja halb haben wir den natürlich jetzt tot. Aber das bringt's nicht. Da fehlt uns die Mana um hier durch Power Healung zu können sozusagen. Wir haben da hinten auch noch was. Wir können da mal gucken was denn da noch ist. Restricted Area only for Saucers in the Red Baron da können wir nicht hin. Wahrscheinlich bekommen wir dann von dem Schlüssel. Oder so. Gut, dann werden wir mal hier rasten. Hilft ja alles nix. Full Rest machen wir damit wir auch mit voller Mana einsteigen. Da sehen wir wieder. Ja, wieder. Afraid. Der muss jetzt auch selber die Mana rausballern. Molten Blast, hatte der irgendwelche Riesies? Nö. Das heißt, die machen noch nicht mal Molten Blast an Thunder Strike. Der macht noch mehr Schaden. kostet natürlich brutal viel Mana, aber das ist ja schlussendlich auch egal, solange wir den jetzt tot bekommen. So. Da müssen wir Mass Power hier machen, damit die beiden nicht drauf gehen. Aber das Problem ist, dass das komplett Glück ist. Der darf nicht zweimal Aoe machen. Wenn der zweimal nach ihr Aoe macht, dann kann man nichts mehr gegen machen. Also das wird jetzt ein paar Versuche dauern, bis wir das so hin bekommen. Das war natürlich auch ein Angriff jetzt und da war er schon im Eimer. Thunder Strike. Thunder Strike. Power Heal. Ja. Power Heal. Naja, jetzt haben wir wieder das Problem, jetzt könnte der halt direkt sterben. Power Heal machen wir jetzt da drauf. Thunder, Thunder, Power Heal, ist trotzdem verendet. Power Heal. Ja, Wander ist wahrscheinlich auch Molten machen können. Okay, Scarlet Keal. Dann machen wir den wieder ein bisschen ganz und dann was wird das hier Afraid. Dann regieren wir das hier mit. Power Heal. Power Heal. Den hier auch noch drauf. Und den Okay. Da ist ein Geheimdinger. Red Helmet, Shield und Armor. Helmet, Shield und Armor. Gucken wir erstmal Helmet. aus. 40 Feuer Resi, Toughness 2. Naja, auch da haben wir natürlich wieder das Problem, da ist nichts anderes drauf. Das bringt halt nicht wahnsinnig viel. Armor. Red Armor 12. Da haben wir Toughness drauf. Die wiegt 18. Das heißt, die könnte sowieso nur von dem getragen werden und da ist die einfach schlechter. Und dann haben wir noch ein Shield. Armor 5. Das ist aber nicht schlecht. Das ist 8. Und da ist Damage drauf, das will ich behalten. Lord Gurdons Shield. Das hier dürfte auch besser sein. Da ist auch wieder Damage drauf. das ist zwar gut, aber die Frage wäre halt, die kann das beispielsweise brauchen. Die kann das aber theoretisch sogar besser. Ne, da ist sowieso schon 5 Armer drauf. Und die hat eh keine Feuer Resi. Ja, perfekt, dann kriegt die das. Vor allen Dingen für den Feuerschutz. Die hat jetzt auch ziemlich viel Rüstung, was natürlich eigentlich Mumpitz ist. Naja, für solche Gruppenangriffe, wie wir da eben hatten, ist das schon nicht verkehrt. Okay. Hatten wir da jetzt was bekommen? Wir gehen mal wieder rüber. Ah, vielleicht hatte ich das Vor- Äh, Restricted Area. Okay, dann gehen wir mal da rein. Level 20. Ähm, ja. Na, den hacken wir jetzt so um. Mhm, und da ist das Steinchen. Und da geht's aber auch nochmal weiter. Glends the Blackstone. Ja. Platz. Wieder Erfahrung bekommen. Und wo soll's da jetzt hingehen? Okay, das war eine Abkürzung. Damit geht's wieder zurück. Ähm, damit können wir jetzt wieder hier rein. Und eventuell, ne, das Ding ist immer noch zu. Na ja, wir haben ja jetzt diese vier Dinger zerstört. Then return to the mysterious sage. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zurück zum mysterious sage. Aber erst mal gehen wir in eine stadt. Der mysterious sage, das war der da in f3, oder? Ja. müssen wir sowieso noch mal hinporten. Dann gehen wir erst mal irgendwo in der Stadt. Ich glaube, wir müssen nicht in eine besondere Stadt. Wir hatten, glaube ich, in den Städten quasi nix mehr. Ähm, ja, gehen wir hier rein. Hatten wir noch Elixiere? Ja, hatten wir. Ähm, Knowledge um eins erhöhen. Naja. Könnten wir natürlich hier noch weiter pushen. 640. Naja, okay, dann machen wir das. Knowledge da noch mal erhöht und Toughness 7. Naja, dann machen wir das hier. Okay. Und dann gucken wir hier nochmal schön Stufenaufstieg. Okay, sogar mehr als einen. Hm, 46. Das ist schon mal nicht verkehrt. Er ist sogar auf 48. Vielleicht schaffen wir es sogar bis auf 50 hoch. noch. Vielleicht aber nur mit einem. Der hat halt ist ja immer ein bisschen schneller. schneller. Okay, dann wir haben sogar hier noch Punkte zu verteilen. Okay, also der da könnten wir theoretisch Knowledge noch mal steigern. Der ist jetzt bei vielleicht kommen wir damit eben auf das wird jetzt noch nicht reichen. Dann müsste noch mal eine Stufe steigen oder noch zwei Stufen steigen oder so. Ja, oder wir resetten die und gucken, dass wir das genau passend machen. Machen wir das mal. Ähm, Reset. 616. 629. 35. 41. Damit hätte der jetzt auch den größten Thunderstrike. Der hat natürlich jetzt nur noch 200, ja, also sehr, sehr wenig an Lebenskraft. Wenn man aber sagt, gut, der würde sowieso immer nur in einen Angriff überleben, dann könnte man das vielleicht trotzdem machen. Aber der Zauber ist halt ordentlich, ne? Hatten wir, wir können seine Knowledge pushen, indem wir dem einen anderen Helm geben. Also ich würde das schon ganz gerne erreichen wollen und die anderen sind deutlich schneller an dieser an der Grenze, dass das bei denen nicht so nötig ist. Da reichen die 500 sowieso aus. Ist dann auch vollkommen egal, ob die 500 oder 800 hat. Und der Helm beispielsweise, der ist viel zu gut für sie. Nehmen wir den Razzirx Head jetzt mal raus. Und dann kriegt der das. Hier könnte man jetzt auch überlegen, ob die nicht was anderes bekommen soll. aber Ancient Heads, da haben wir noch Sorcery Schutz drauf. Auch gut. 635 Da reicht der eine Punkt aber jetzt auch noch nicht aus. Willpower Ja, da können wir aber noch was anderes tauschen. Robes of Royal Inspectors Die hat jetzt noch wie viel? 500 Ja, die hat sowieso dann zu viel. Dann machen wir das Robes of the Royal Inspectors Dann Robes of the Royal Inspectors 2 Und dann kriegt der 3 Jetzt ist der schon drüber Jetzt kann der den auf der perfekten Stufe machen und kann sogar den Punkt woanders reinstecken Und bei ihr ist das natürlich ähnlich Aber da werde ich jetzt nicht mehr viel machen können Ich will aber nicht dass die halt von den Lebenspunkten her weiter abfallen Da ist sowieso nichts mit zusätzlich Intelligence Knowledge mal nicht Wir könnten hier die andere Rüstung drauf legen Das macht aber zu wenig Sinn Okay dann also der hat jetzt quasi das erreicht was er braucht ich glaube für den Aoe brauchen wir das nicht zu erhöhen das heißt der kriegt jetzt noch Toughness damit er nicht so schnell umfällt dann bei dem da wäre vielleicht noch in Erwägung zu ziehen mit dem Power hier auf die 300 zu kommen ja der wäre zwar schön aber das ist da fehlen noch 70 und bei ihm ist es ja so dass der nur Awareness hat das heißt Knowledge ist noch unsinniger also das macht bei dem keinen Sinn auf Knowledge zu gehen der ist von vorne bis hinten sinnlos gewesen in dem Spiel leider also 400 der kann nur Willpower brauchen um noch mehr mit seinen kleinen Heels zwischen den Kämpfen zu halten das ist halt schade ja der ist ein bisschen zu sinnlos ja okay dann der nächste oder machen wir erstmal die Magier weiter die hatte jetzt sowieso schon eigentlich zu viel Arcane werden wir aber jetzt auch nicht umbauen die kriegt ja die kriegt dann auch Toughness um da ein bisschen nach zu ziehen das ist nach zu ziehen die steht da eigentlich ganz gut und die müsste noch weiter Knowledge ausbauen damit die auch noch da dran kommt an die naja 600 das ist halt noch eine Hausnummer die bräuchte dann auch noch mal einen besseren Gegenstand wahrscheinlich wird das nichts werden vielleicht sollte man die sogar tauschen aber ich lasse das jetzt mal so ok wir sind erstmal hier wieder ready und gehen dann zu unserem weisen druiden weiser helge im wald ok great job you've successfully cleansed all the black stones ja wir waren erfolgreich mit den schwarzen steinen i can already hear the song of the trees growing stronger and more vibrant ok der wald erholt sich it will be years before the forces of evil can gather enough magic to attempt something like this again but there is one final task and tullich bleibt noch eine weitere Aufgabe for uns übrig that must be done to ensure they never attempt such dark deeds again you must infiltrate the hidden citadel and confront the one who initiated all of this ok eine versteckte okay nochmal 100.000 also es gibt einen bösen meister der irgendwo in einer dimension ist und durch die spiegel gucken kann und irgendwer ist für diesen bösen meister die aufträge am ausführen und den sollen wir platt machen und wir sollen jetzt zu einem anderen weisen magier irgendwo im Norden gehen äh wizard living on the tall mountain has knowledge c2 äh wo ist c2 irgendwie c2 ist das start 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 gebiet a wizard king on wizard living on the tall mountain aber but 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 ah das war der ok naja das ist natürlich hier nicht so super repräsentiert mit dem tall mountain aber macht natürlich irgendwo sinn ok naja aber dem waren wir ja auch schon mal na der wird unsicher jetzt das portal aktivieren so you claim to have encountered a mysterious old sage in the heart of forest who directed you to find peculiar black stones according to your tale you successfully purified these stones and then sought my guidance to confront evil force in a concealed citadel it sounds like utter nonsense however the reason shifts in magical energy aligned with your narrative how would you possess knowledge of the hidden citadel and the enigma residing within it quite intriguing nonetheless I will activate the portal guiding you precisely to your intended destination ok ja wie gesagt portal angemacht und damit sind wir jetzt angekommen wir können noch mal in stufe steigen moment dann machen wir das anders also der hat das jetzt hier aktiviert wir hätten noch ein bisschen zeit also es macht ja schon sinn da jetzt den stufen aufstieg noch zu holen oder ja gehen wir hier nochmal raus dann porten wir uns hier gerade nochmal runter ist eigentlich auch egal wohin weil das immer vier Stunden sind aber wenn wir dann noch was raus bekommen können dann sollten wir das machen so 49 ist der jetzt also die 50 wird man jetzt in dem Spiel wohl erreichen können oh bei denen hatte ich auch ganz vergessen die punkte zu verteilen hoppla dann machen wir hier nochmal weiter toughness hoch bei dem zumindest und bei dem und bei dem machen wir die stärke so 48 auch der nochmal punkt bekommen 800 toughness ja der ist noch immer mit toughness am führen dann geht der erst mal wieder auf stärke und der kann nochmal toughness nachsteigen mhm das sind die elfen ja kriegen keine neuen zauber mehr naja also da haben wir ganz gute chancen dass wir noch auf 50 kommen mit dem einen ich weiß gar nicht ob das mit dem ob es da wegen dem erfolg da guck ich mal gerade ob man nur einen ja man muss nur einen auf 50 bringen ich denke das ist noch zu machen 68 50 wir haben wir haben auch noch diesen schwarzen drachen und theoretisch vielleicht kriegen wir auch einfach durch questbelohnung noch erfahrung aber dann wäre das auch tatsächlich möglich auf dem schwierigkeitsgrad auf 50 zu kommen so dann ähm blub blub ja wieder zurück zu zu dem da der hat natürlich hier weakened moment dann machen wir das nochmal anders weil dafür jetzt extra rasten will ich eigentlich nicht wie viel kostet denn das zu entfernen heal rohack cleanse ja komm dann machen wir das hier wir haben 101 1000 haben wir gerade ein bisschen investiert damit wir nicht nochmal rasten müssen ich meine wir haben zwar noch Zeit aber so ok was haben wir hier a source of great evil magic has been detected in the proximity of this cave the wizards of the wizard's council have placed this port in secrecy at an enormous effort in case the need for emergency to the area arises currently the evil magic seems stable and does not spread and the exact wearables of the evil source are unknown protect the secret of this portal at all cost the wizards of the tall tower is designated as keep the secret okay the magia have put thing here and we should keep this portal secret so that the bad won't come through A grade 12 Concealment spell has been cast successfully with a short range. It will protect the portal and the hidden exit. There is no known magic. I will dispel the spell except the orb of Xarthadar, which is believed to be destroyed in the 4th era. Und pass through the illusionary wall to enter the caves. Do not open the gate. You will let out the black dragon. Proceed east to reach the end of the caves. The souls of ancient magic believe to be a hidden citadel of some sort of evil beings lies beyond. Was? Okay, wir sollen nicht das Gate aufmachen, weil ein schwarzer Drache auf uns wartet. Und wir sollen stattdessen nach Osten gehen. Mhm. Okay. Aber wir hatten doch auch noch diese andere Höhle. Ach, das ist der schwarze Drache. Da kommt man aus der Richtung auch rein. Ha, interessant. Okay, dann ist hier nicht noch eine extra Höhle, die man danach angeht. Wir machen mal unseren ganzen Krams an. Und dann probieren wir den schwarzen Drachen aber mal aus. Also ich weiß noch, dass das im ersten Teil mit Abstand der schwerste war. 34.000. Naja, ich sehe auch nicht, dass wir den hier totbekommen würden. Das war jetzt ein Frostzauber. Wenn der halt nur diese Angriffe macht, dann könnte das eventuell halt klappen. Und dann hier und da noch vielleicht verfehlt und so. Und das ist noch ein Nachteil, der ist gegen alles an Magie immun. Damit sind unsere Magier komplett sinnlos in dem Kampf. Also da vermute ich wirklich, das ist nicht schaffbar dann. Oder eben nur mit einem Millionen Versuche, dass man halt hofft, dass der zufällig nur Nahkampfangriffe macht und die zufällig alle daneben gehen. Dann hat man eine Chance. Naja, aber das ist halt ein bisschen... Also die verenden da direkt. Müssten wir Restoration. Dann kann die einmal die anderen wieder wiederbeleben. Der kann nichts heilen, der ist halt komplett sinnlos in dem Kampf. Mit Recovery könnten wir da jetzt wieder wen rausholen. Aber die stirbt ja beim nächsten Mal auch direkt wieder. Die könnte sich selbst Power healen. Naja, und damit ist es auch wieder Schluss. Also man kriegt den wahrscheinlich so auf... Mit viel Glück, ne? Auf unter 20.000 oder so. Aber, ähm... Naja, also wenn das hier so gut kritet, wie das jetzt da war... Aber wir haben halt das Problem, dass da welche zu schnell verenden. Wir könnten dann noch gucken, ob man nicht noch bessere Gegenstände kaufen kann und so. 433, das war Frostschaden. Also Frost macht er auf jeden Fall. Sowas, wenn das jetzt beispielsweise immer wieder passieren würde, dann hätte man natürlich gute Karten. Das war wieder Frost. Das war wieder Frost. Wenn er natürlich immer nur Frost machen würde, was er aber nicht macht. So, da kann man Restoration machen, da drauf. Die kann Recovery machen und dann könnten wir... Also jetzt sind wir bei 26.000. Aber das scheint immer Frost zu sein, oder? Ah, Power heal. Und... Mass Power heal. Weil die kann sowieso nichts Sinnvolleres machen. Ja, die könnte mal einmal angreifen. Power heal. Ist immer Frost. Also theoretisch könnte man dann vielleicht hingehen. Naja, das ist Feuer. Also könnten wir das auch nicht auf Frost konzentrieren. Und das ist Sorcery. Kann man also auch nicht. Feuer. Ne, also das eine war, glaube ich, Blitz. Und das war Frost. Also der macht alle Schadensarten. Ähm... Da wird man sich auch nicht gegen schützen können. Das kann man vergessen. Also... Vielleicht, dass wir da ganz am Ende nochmal hingehen. Aber ich sehe nicht, wie das funktionieren soll. Wir müssten, wenn dann die Magier noch so ausbauen, dass die... Also wir müssten eventuell Gegenstände suchen. Und dann die Magier so umbauen, dass die mehr Lebenspunkte haben, mehr Resi haben. Und halt diesen einen Angriff dann überleben. Okay, da sind wir jetzt in dem Außenbereich. Bei den Beholdern. Da haben wir auch noch einen in einem Dungeon zurückgelassen. Die sind auch schon sehr fies. Haben Resistance. Die sind aber nicht immun dagegen. Power heal. Resistance gegen alles. Da machen wir... Äh... Ja, das ist natürlich schon auch gemein, ne? Ich will jetzt eigentlich nicht... Dass wir hier die Leute drauf gehen. Ich glaube, die hat keine... Keine Feuerresi. Also was wir hier machen könnten, wäre... Uns jetzt auf die einzustellen. Die hat sowieso mehrere Sachen mit Wizardry. Also eigentlich ist das auch egal, was für eine Rüstung die da trägt. Dann nehmen wir das hier. Dann haben wir jetzt Feuerschutz stattdessen. Stattdessen. Aber Eis macht er auch. Also... Mhm. 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 Power heal. Mass power heal. Äh... Also das ist schon ziemlich... Brutal. Der müsste... Ja, da müssten wir am Anfang halt ein bisschen Glück haben mit den Angriffen. Ja, da... Als... Diesen Dings... Heroism hat da gegriffen. Aber die sind halt bei zwei Angriffen auf jeden Fall tot. Naja, also man müsste... Da haben wir jetzt ein paar Sachen ordentlich getroffen. Hm... Hm... Da hinten kommt der nächste. Aber wir kommen halt nicht mit der Heilung nach. Thunderstrike. Mass power heal. Pfff... Pfff... Okay, den ersten haben wir. 2700. Pfff... Power heal. Power heal. Und dann machen wir... Naja... Heal. Also natürlich kann man die auch platten und dann nach jedem Kill einmal rasten. Das will ich aber eigentlich nicht. Kann das sein, dass der Baum hinter... Ne, dahinter ist noch einer von denen. Okay. Mhm. Power heal. Mass power heal. Thunderstrike. Mass power heal. Power heal. Power heal. Mass power heal. Thunderstrike. Da ist der nächste. Da machen wir jetzt nur den einzelnen power heal. Ja. Power heal. Power heal. Da... Müssten wir jetzt für die beiden... Ja. Thunderstrike. Mass power heal. Mass power heal. Aber das ist jetzt schon ein bisschen sehr dünn. Mhm. Da... Der stirbt aber jetzt, wenn wir dem jetzt nochmal eine reindrücken. Pfff. Holla die Waldfee. Ja, okay. Damit ist unsere Mana jetzt aber auch schon ziemlich durch. So. Was man eventuell bei dem Schwarzen Drachen machen könnte... wäre... Ähm... Zu gucken, dass man die... Krieger eventuell komplett auf Stärke setzt. Und nicht auf Lebenspunkte. Dass die quasi immer direkt sterben. Aber dafür Schaden machen. Und äh... Dann findet man sich halt damit ab, dass sie jedes Mal sterben. Und... Bei denen... Die außen sind... Die, die... Ähm... Der hat Restoration. Ja, der hat keine Restoration. Und die hat Restoration. Dass die sehr viel aushalten und maximalen Schutz haben. Und dann die ganze Zeit nur gucken, dass die die wiederbeleben. Aber wir haben nur zwei mit Restoration. Das ist auch ein bisschen zu dünn. Und Gehalt werden müsste da auch noch. Naja... Ist auch nicht optimal. Hm... Also der bräuchte 60.000 für die nächste Stufe. Das ist dann doch zu viel noch. Wenn das jetzt die letzte Hülle ist. Und da... Naja gut, wer weiß, was da jetzt kommt. Aber... Okay. Hm. Jetzt weiter runter. Aha. Da geht's auch zu diesem Verteilerraum. Ja, wenn da mal kein Geheimgang ist. Okay. Turn back, you fool! Okay. Wir drehen uns aber noch nicht um. Sondern werden dann beim nächsten Mal... Ähm... Schauen, dass wir hier... Ja, dieses letzte Dungeon dann abgeschlossen bekommen. Ich schätze mal, viel wird das nicht mehr sein. Vielleicht noch ein großer Kampf. Vielleicht müssen wir noch ein paar kleinere Kämpfe machen. Vielleicht versuche ich dann auch noch den schwarzen Drachen anzugreifen. Und eventuell, wenn wir kurz zum Stufenaufstieg sind, vielleicht auch noch diesen Beholder zu plätten. Aber ich glaube, das wird schlussendlich nicht reichen, um den noch auf Stufe 50 zu katapultieren. Mal sehen. Aber das soll's für dieses Mal gewesen sein. Beim nächsten Mal dann mit Sicherheit das Finale. Ich danke fürs Zuschauen und sag Ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.